und weiter geht's mit dem Kampf gegen die Föderation und ich mache erstmal das Schiff da unten, das ist am nächsten, aber ich wollte gerade wegfliegen habe ich gesehen, aber jetzt kommt es näher, wunderbar so und alles drauf habe ich habe, keine Chance, ich schieße mit ein, was ich habe hier, das Kortschiff, sauberklaß, die sind da noch schwächer, ne, können wir sich nie schicken, guck mal, sauberklaß, wenn das ist, erstmal habe ich das gesehen, bei Star Trek Star 4,3, wo ich das gespielt habe, selber, das Schiff, sehr leicht und schwach, wie es Korde, so, wie es jetzt abgesetzt, Minen, wir haben sich hier vielleicht folgende Schuss, ne, brauche ich mal auf, schiff, ein Schiff, ein Schiff, Klimaschiff, Jo, da war es, gebt, ich-kalt aus den, dass er sich, so wird in die Länge stehen, glaube ich, die Mission, es wird nicht langweilig für euch, und sich das in die länge da ist noch einer wie das wort und auch der das könnte wieder von außen herr eine und ist die karte sein da da und so einer das ist die klasse das jahr nein die städte klasse auf dem aufblatt Ich fliege weg, ne, ich fliege weg, schade. So. Ich weiß aber, ich fühle mich nicht mehr da down. Ich glaube, das wird auf dem Stärker hier. Komm schon. Komm schon. Ich fliege weg. Oh, ich bin gespannt. Los, fliegt los. Und das Schiff. Oh, das muss es sein. So gefällt mir. Schöne Sehgarte. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Und ja. Man muss es ja schon. Wenn man weiterkommt. Ja. 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 Bei 64, dabei 78 Prozent. Er hat etwas mehr als ich noch. Ich muss mal was machen. Ja. Ja. Das ist nicht ausgesetzt. Ja. 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 das war gut das war ein Falltreffer Dornschild sind auch down aber es hat keine Chance mehr da hat man 9%, ich hab noch 57 die Quanten-Mii nochmal rein da ist er down, pass auf und was soll das jetzt fallen X-Batterie Ah, ich muss die Odyssee-Klassenschiffe zerstören so ist das Da sind wir wieder nach einem kurzen Aufnahmeabbruch wegen meinem scheiß äh Pad was gerade ein Update machen wollte da finde ich natürlich total scheiße dass es da mitten drin abbricht kann ich überhaupt nicht ab, aber naja, was will man machen so viel Müde habe ich ja noch im Prinzip schauen wir mal ich weiß nicht mehr als nächstes hier drüben kriegen wir sie mal an aber die mache ich jetzt nicht mehr ich beende heute die Aufnahmen bin doch schon zu müde bevor ich euch ja noch einschlafe vor dem Monitor wenn ihr dann nur noch einen Klatsch hört wie ich auf die Tastatur fliege beende ich die Folge jetzt und wir sehen uns bald wieder bei Let's Play Star Trek Online bis bald ich wünsche euch noch einen schönen heiligen Abend und zwei schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014 bis bald euer LP Gimmer Steffen Ciao mit V